Der Mark baut Christkindles Time and Life Höchste Eisenbahn Frohe Weihnachten For freedom And June van Day On tour Let you have on tour Vielleicht gibt es Hoffnung, dass sie freikommen und fröhlich Weihnacht, Weihnachtsfest feiern können Das sind Menschenrechtler in Hanoi, die inhaftiert sind grundlos Und der Deutsche Richterbund unterstützt auch mit dem Menschenrechtskreis 2017 die Freilassung Die bedingungslose Freilassung Wir sind bei Galacom.TV Freedom for a few fun daily to Hanoi Frohe Weihnachten Hoffen wir Galacom.TV No limits Öfters mal anders retten Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Vielen Dank.